moin moin hier ist wieder jahren von maxis games ich wurde gefragt ob ich paar videos wieder mache wo die angriffe auf die bauarbeiter hütte was macht ihr denn da drin der kleine ok der ist natürlich nicht dabei wo die angriffe auf die bauarbeiter hütten zu sehen sind ich habe gesagt okay mache ich gar kein problem und diese ich sag mal jungs und mädels die ihr seht die machen natürlich mit natürlich macht der eisen magier und der gummibär auch nicht mit aber wie gesagt ich hoffe ihr habt ein bisschen spaß daran das problem ist jetzt wollen dass der ton mir gar nicht so gefällt weil das ist so heftig eigentlich in dem video drin dass ich den tun einfach rausgelassen habe und ich hoffe trotzdem dass ihr spaß habt euch diese angriffe anzuschauen okay hier geht's los tja wenn euch die musik gefällt den hinweis dazu findet ihr ganz einfach in der beschreibung zu diesem video und der titel heißt adventures von ahimitsu okay viel spaß beim gucken abonniere abonniere Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020